Ich bin in der Jugendfeuerwehr, weil ich gerne anderen Menschen helfe. Weil Spaß macht. Ich bin in der Jugendfeuerwehr, weil ich es den Jungs zeigen werde. Weil hier meine Freunde sind. Wegen den großen Autos. Ich bin in der Jugendfeuerwehr, weil es geil ist. Weil ich später in der normalen Feuerwehr aktiv werden will. Ein Hobby ist. Ich bin Technik interessiert. Weil mich die Technik der Feuerwehr sehr interessiert. Wegen der Kameradschaft. Spaß zu haben und im späteren Leben anderen Menschen helfen zu können. Weil man dort viel unternimmt. Die Jugendfeuerwehr ist auch was für dich. 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 Die Jugendfeuerwehr ist auch was für mich. Wegen der Jugendfeuerwehr ist auch ein Messer. Wenn die Jugendfeuerwehr 73 00650 тонn, ские Schulen sprechen wirtschaftlich. Die Jugendfeuerwehre ist auch was an der Gesellschaft. ... ... Die an 1, ja. Eine Person über Brüder, den Gewehr gekommen. Die an 1, verstanden. Eine nutlose Person aus dem Gebäude, die wir gekommen. Die an 1, verstanden. Die an 1, verstanden. Ja, richtig. Feuer in Gewalt kommen. Die an 1, verstanden. 411 von 1 und 219, 411, Feuer aufkommen, 419, Schatz. Vielen Dank.